Die Stimmung in der SPD nach der Bundestagswahl ist sehr, sehr gut. Die SPD sieht den Regierungsauftrag bei sich. Olaf Scholz möchte eine Ampelkoalition mit FDP und Grünen bilden und er sagt, er bekommt das inhaltlich auch hin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat davon gesprochen, dass es bei beiden Parteien Traditionen der Zusammenarbeit mit der SPD gibt und Scholz sagt, er möchte jetzt diese Traditionen zusammenführen in eine Ampelkoalition. Es ist eben auch seine Regierungsoption, die er hat, wie er eine Mehrheit bilden kann. Und jetzt wird er eben versuchen, die FDP und die Grünen in die Regierung zu holen. Die Stimmung bei der Union einen Tag nach der Wahl ist unterirdisch. Sie hat diese Wahl krachend verloren und nichtsdestotrotz versucht sie irgendwie, sich an die Macht zu klammern. Armin Laschet, der Vorsitzende, hat ja gerade in seiner Pressekonferenz noch einmal deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht keine Partei einen Regierungsauftrag aus diesem Wahlergebnis ableiten könne. Er verschweigt damit natürlich sehr deutlich, dass die SPD vor ihm liegt und er hat auch nur Glückwünsche an die mitbewerbenden Parteien, die zugelegt haben, formuliert und nicht an den Mann von der SPD, Olaf Scholz. Die Union stellt sich als Verhandlungspartner dar, möchte gerne Jamaika bilden, diese Koalition und wirkt nicht sehr demütig. Also sie formuliert schon sehr klar, dass sie meint, dass das Beste für das Land sei eine Bundesregierung unter Führung der Union und hat sich eben sehr bereit erklärt, über Jamaika zu verhandeln. Die Fehleranalyse der Union, die muss sonnenklar sein. Vor allem der Osten schreit auf bei der CDU, weil großflächig die AfD ihr den Rang abgelaufen hat und da muss man sehr genau hinsehen, wie die Union diese Stimmen zurückgewinnen kann. Die Stimmung bei der FDP ist uneingeschränkt gut. Die FDP hat ein ähnlich gutes Ergebnis geholt wie bei der Bundestagswahl 2017. Sie hat bei den jungen Wählern am besten abgeschnitten und sie wird mit einiger Sicherheit der nächsten Bundesregierung angehören. Dasselbe gilt auch für die Grünen, wobei die Bilanz bei den Grünen nicht ganz so gut ist, weil sie sich ja eigentlich deutlich mehr erhofft hatten. Die Grünen hatten ja eigentlich das Ziel, die nächste Kanzlerin zu stellen. Nichtsdestotrotz wird es jetzt so sein, dass beide Parteien als erste miteinander sprechen, um unter sich Gemeinsamkeiten auszuloten. Und erst danach werden beide Gespräche führen, wahrscheinlich erst mit der SPD und dann mit der Union, um zu gucken, ob sie mit einer der beiden anderen Parteien koalieren können. Der Ausgang ist offen, da aber die SPD die Wahl gewonnen hat und Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, sehr geschwächt ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es am Ende zu einer Ampelkoalition kommt, geführt von der SPD gemeinsam mit Grünen und FDP. Die Linke geht natürlich jetzt auf Ursachenforschung, ist ja ganz klar. Das Wahlergebnis ist desaströs. Sie sind tatsächlich noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, dann hat die Linke am meisten Stimmen an die SPD verloren, 600.000 glaube ich, und an zweiter Stelle am meisten an die Grünen verloren. Sie haben auch welche an die AfD verloren, aber in der Relation längst nicht so viel wie an SPD und Grüne. Das heißt, es gibt da einen Mitte-Links-Lager, ein Wählerpotenzial in Deutschland. Und wenn der Linken es nicht gelingt, tendenziell dort weiter Stimmen abzurufen, dann driftet sie Richtung Untergang. Die Stimmung in der AfD nach der Wahl ist sehr gemischt. Sie ist einigermaßen ratlos, was man mit diesem Ergebnis anfangen will. Man hat nicht zugewinnen können. Man hat verloren, obwohl die Union abgestürzt ist. Man wird jetzt vier Jahre lang im Bundestag tun, was man immer getan hat und auf eine Krise hoffen. Mehr passiert dort nicht.